Entwickler Funcom sind ja eher bekannt für Rollenspiele wie Age of Conan oder The Secret World. Jetzt wagen sie sich wieder an einem Singleplayer-Spiel. Es erscheint am 27.10., wobei noch erwähnt werden sollte, dass in The Park die Erzählung im Vordergrund liegt und nicht das Abschlachten von Monstern. Es wird wohl seinen Platz neben Gone Home und Dear Esther einnehmen. Hey, ein Point-and-Click-Adventure-Strategiespiel? Wie nennt sich das? Outpost 13? Oh, schön. Das Spiel ist eine Hommage an Kultfilme wie Alien, The Thing, Predator und den Akte-X-Film. Na, wenn das mal nicht nach Unterhaltung klingt. X-Com-Entwickler Julian Golob bringt nach der langen Early-Access-Phase Chaos Reborn an den Start. Ab dem 26.10. könnt ihr das durch Kickstarter-finanzierte Remake von Chaos The Battle of Wizards erwerben. Kämpft auf Hexfeldern gegen eine Vielzahl von Fantasy-Kriegern und Magiern, ob im Koop oder im Einzelspieler. Für Fans der Reihe Darksiders und Divinity gibt es ab dem 27.10. eine Neuauflage für die Xbox One und die PS4. Darksiders 2 Definitive Edition und die Divinity Original Sin Enhanced Edition bekommen nicht nur einen neuen Anstrich, sondern auch noch DLC spendiert. Der Charme von Limbo und der Look von Toby The Secret Mine. Diese Einflüsse sind in dem Spiel Otto & Albert vorhanden, welches demnächst erscheint. Auf der Suche nach Alberts Schwester Magical Bunny müssen kleine Puzzle und Rätsel gelöst werden. Das Schema dieses Spiels ist jetzt kein neues, aber wer weiß, was sich hinter der Geschichte verbirgt. So, was kommt noch? Ich kann schon wieder dieses Schrift von diesem bescheuerten Praktikanten Steffen nicht lesen. Was ist das? Ach so, etwas über Halo 5. Na, ist jetzt auch nicht so geil und auch nur so ein langweiliger Text. Das kann die Mats doch besser zu Ende führen, ja? Aber da war doch noch was anderes. Stimmt! Ja! Der Moritz Bleibtreu! Moritz Bleibtreu ist zu Besuch. Das ist doch viel, viel geiler. Ein kultivierter deutscher Schauspieler, der Visu Banane salonfähig gemacht hat und bestimmt auch Fragen beantworten kann, wie Wem gehört der Schädel bei Hamlet? Außerdem, Moritz, wollte ich dir noch sagen, also ich bin auch Sprecher und Schauspieler. Ich habe, ja, viel Spaß! Das waren sie also und die Spiele, die diese Woche rauskommen und auch unser Ingo. Schön, dass wir uns sie noch leisten können. Ja, tun wir das? Nachdem er jetzt in der Werbung angekommen ist, sind die Preise natürlich nach oben geritten. Gut, ich habe aber gedacht, dadurch, dass du ja dieses Web-Burger-Döner-Ding gekauft hast, ist all unser Geld weg. Wie teuer war das überhaupt? Das hat über 100 Euro gekostet. Alter, krass! Ja, naja, wir werden es benutzen. Ihr werdet es demnächst hier in Game Plus völlig unbeteiligt, werden wir es einbauen, nur damit sich die Kosten irgendwie decken. Das war ein sehr, sehr großer Fehler, die Zugriff zu gewissen Zahlen zu knallern und Spaß. Nein, 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 es war echt teuer. Aber noch habe ich es bezahlt. Noch habe ich die Kohle nicht zurückbekommen. Ja, dann tut es nicht. Ich habe das auch schon zu oft gemacht. Ey, aber das können wir kurz noch machen als Aufruf. Ja, ja, aber ganz kurz noch. Das wollte ich nämlich wirklich schon noch machen. Wir haben ja vor der Werbung euch erklärt, was ich da gekauft habe. Wenn ihr in 3D Max oder irgendwie 3D Frank oder 3D Helmut, wenn ihr in irgendeinem von diesen konkurrierenden 3D-Programmen einen Döner zum Beispiel gemacht habt, ja, einen sprechenden Döner, der Animationen hat und alles, den man verwenden kann mit einem dieser Webcam-Tools, dann bitte, 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 schickt die uns. Auf jeden Fall, schickt die uns. Wenn wir da nicht reagieren, schickt die uns nochmal, nochmal, nochmal. Spricht uns auf der Straße an, bis wir sie haben, weil wir wollen die auf jeden Fall nutzen. Ja, warum nicht? Ja, voll gerne. Da müssen wir nur gucken, was für ein Fall, also was für ein Fallformat man dafür braucht. Das weiß ich nicht. Das müsst ihr selbst rauskriegen. Wahrscheinlich Popmodel, wahrscheinlich. Schätze ich. Ich kann es euch nicht sagen. Aber wenn ihr das könnt, wisst ihr auch, was ihr da macht. Ja, selbstverständlich. Gut, zurück zu unserem eigentlichen Thema Trailer-Mania. Was haben wir denn da, Budi? Ja, ey, Knaller. Ein Knaller? Einen Knaller. Der Trailer selber ist ein bisschen komisch. Den gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Und dann reden wir darüber. Das Spiel heißt One Life. Ist gerade bei Steam Greenlight aufgetaucht. Die Idee ist nicht unbedingt neu, aber in der Qualität das erste Mal so am Start oder wird am Start sein. One Life heißt das Ding. Und das ist ein Survival-Multiplayer-Shooter. Springen wir in den Trailer hinein. Aus Russland. Erinnert einen direkt natürlich an Stalker. Immer noch eines der besten, atmosphärischsten Spiele aus Russland. Und hier bin ich sehr gespannt. Ich glaube, das ist nämlich alles andere als Stalker. Und warum das ist, erklärt uns gleich der Trailer auf eine klassische Art und Weise. Die Zeit zwischen dem Spiel und der Realität ist blühen. Es gibt keine Räume für eine einzige Fehler. Du hast nur eine Leben. Die Team mit Brüdern in Arms. Tänz, Feuer! Wow, cool. Jetzt grab die Lune. Ich schaffe dich. Gehe alles, was du kannst. Uh-huh. Gehe die Captiven. Gehe mir helfen! Gehe die Justiz in deine eigenen Hand. Son of a b***h, I'm gonna friggin' try you, you hear me? Pimp your truck or raid others. But remember, if you die, you'll leave this game forever. So frech eigentlich, so frech, 10 Dollar für ein Leben. Und das weiß ich halt nicht, es gibt mehrere Spielkonzepte, die bereits in diese Richtung gehen. Allein hunderte von mir, die ich schon immer wieder von Leuten verkaufe, wo sie alle sagten, nee, das ist eine dumme Idee. Womit die Entwickler hier... Zu Wissen hätte ich gehen sollen. Sie nennen das Genre Perma-Perma-Death. Und das alleine finde ich schon wieder so lustig. Das heißt nicht, es ist nicht ein Perma-Death, also nicht ein Soul-like-Spiel, sondern es ist Perma-Perma-Death. 10 Dollar kostet das Spiel oder wird das Spiel kosten auf Steam und dann hast du nur ein Leben. Es ist nicht ganz so scharf, wie es jetzt hier im Trailer natürlich auch dargestellt ist. Und ich will kurz darüber reden gleich. Auf jeden Fall. Du kannst nochmal 10 Dollar bezahlen, du kannst theoretisch halt dir einen neuen Steam-Account machen und dann darüber nochmal 10, also so kannst du halt nochmal in den Spiel reingehen. Ach, ich brauch sogar noch einen eigenen neuen Steam-Account. Der ist gesperrt auf deinem Steam-Account. Und jetzt aber da, jetzt kommt die Entschärfung, wenn du sozusagen stirbst, hat derjenige, der dich abgeschossen hat, so habe ich es auf jeden Fall verstanden, so habe ich es auch nachgelesen, derjenige, der dich abgeschossen hat, hat eigentlich die Wahl über dich. Der kann dich in Gefangenschaft nehmen, der kann dir sozusagen Quest geben von wegen, besorg mir das und das und dann bist du wieder frei. Er ist derjenige, der die Macht dann über dich hat, über deine 10 Dollar und über deinen... Er kann dich aber auch urinieren, anurinieren, habe ich jetzt gerade hier gelesen. Ja, haben wir ja gesehen im Trailer. Also das ist halt, ganz ehrlich, dieses Spiel ist das bösartigste Survival-Ding, was es wahrscheinlich in der nächsten Zukunft geben wird. All das, weswegen man selber Daisy niemals mehr gespielt hat, weil da sehr viele bösartige Menschen schon rumrennen, ist jetzt in dieser Form noch härter, weil es jetzt auch noch um 10 Dollar und den eigenen Steam-Account geht. Es ist aber wirklich, wie viele der Ideen, die auch ich hatte, eine brillante Idee. Exakt. Weil es kann gut sein, dass der Typ schweinereich damit wird. Wenn das Spiel gut ist, es gibt genug Leute, denen Geld wirklich offensichtlich egal ist. Das sind sicher nicht ein Großteil der Menschen, aber es gibt genug für ein Spiel, um es zu füllen. Mit Leuten, die einfach drauf scheißen. Und dann kostet es halt einfach 10 Dollar. Das heißt, mit 5 Leben macht der einen Vollpreis Geld. Und ich nehme an, dass das Spiel nicht so groß ist. Ich nehme nicht an, dass es Day-Z-Ausmaße hat, dass man irgendwie wirklich da jetzt auch 100 Stunden investieren kann. Das glaube ich einfach. Und darüber gibt es halt noch nicht ganz so viele Informationen. Das ist ja erst im Greenlight mit drin. Aber, Alter, was die Idee, was die Entwickler selber aber auch sagen ist, Leute, dieses Spiel ist nicht dafür ausgelegt, genauso wie bei allen anderen Shootern, einfach drauf loszurennen und ruhig durchzumetzeln. Ja, es gibt dieses, dieses, wenn du jemanden triffst, also wenn du sozusagen aggressiv und bösheitlich spielst und dabei auch noch gut, dann kannst du dieses Machtgefühl haben. Aber es macht vielleicht tatsächlich mehr Sinn, defensiv zu spielen. Genauso haben sie es auch aufgeschrieben, spielt besser defensiv, weil es kostet halt Geld, Leute, traf das mal. Und ich glaube, das wird, aber das ist auch der Clou dahinter, weil tatsächlich, das Geld, was du bezahlst und die Lebens- beziehungsweise Spielzeit, die du dann da rein investierst, die ist automatisch einfach mit dem Wissen mehr wert. Du willst aufpassen, weil wenn du stirbst, das ist ja reizend. Ich bin gespannt, das Spiel muss gut sein dabei. Genau. Ich bin sehr gespannt, mit einem Account auf andere Spieler zu treffen und dann einfach zu sehen, wie die reagieren, ob denen es egal ist, ob die, sage ich mal, auch vorsichtig spielen. Ich glaube, dass die Figuren, auf die man trifft, dadurch ein bisschen anders reagieren. Das glaube ich schon. Also ich glaube, aber ich glaube, ganz viele werden dich nicht zum Sklaven machen, sondern werden dir auf den Kopf pinkeln und dann sind deine 10 Dollar weg, weil das ist einfach zu lustig, aus dieser Reaktion heraus. Ich glaube, das wird eher passieren. Ich glaube, man wird ziemlich viele Leute, werden echt sauer werden. Ich frage mich sogar, wie das geht, weil du kannst bei Steam Spiele auch zurückbringen. Das weiß ich nicht. Doch, 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 du kannst, du kannst das Team auf dem Spiel zurückgeben. Du kannst sagen, ja, hat mir nicht gefallen. Wusste ich überhaupt nicht. Und dann kriegst du die Kohle wieder. Also es geht nicht, wenn du jetzt 200 Stunden da auf der Uhr hast, dann nicht, aber mit 20, 30 Minuten spielen, habe ich das schon gemacht. Ach krass. Wenn du halt merkst, fuck, es ist wirklich, ich hatte mal irgendwie Kampf der Krustentiere auf Deutsch, jetzt irgendwie Battle of Crustaceans, irgend so ein ganz komisches, wo wirklich Garnelen gegeneinander kämpfen, war so schlecht, dass ich das sogar, ich habe es zurückgegeben und habe gesagt, es ist einfach, tut mir leid, es ist zu schlecht und habe die Kohle wiederbekommen. Also es geht. Aber hier könnte ich mir vorstellen, dass das von vornherein, Ja, das muss ja, das muss ja, das muss ja irgendwie. Genau, das muss ja, das macht das Spiel ja. Oh, wo kommen wir da hin? Dann können wir jetzt bald endlich mal meine Idee machen. Liebe Spielerentwickler, könnt ihr mir gerne klauen und später so tun, als hättet euch das selbst ausgedacht. Ego-Shooter, wo Munition Geld kostet, wo jeder Schuss einen Cent kostet. Warum denn nicht? Es ist so einfach. Liebes Big Point, ihr habt doch sonst nichts Gutes und ich war schon bei euch und da habt ihr gesagt, es ist eine dumme Idee und wenn ihr die Idee jetzt macht, werde ich euch auch nicht böse sein. Macht es doch einfach. Aber wie ist das? Das ist auch unsere einzige Rettung. Good Game. Wer ist noch schlecht? Wer macht noch Trash? Inno. Inno. Inno? Inno Games. Das sind auf jeden Fall die üblichen Verdächtigen in Deutschland, die halt Browser-Games machen. Darum geht es hier um Pay. Ich könnte sagen, ja, ich mache doch nur Spaß. Aber das ist doch mal eine gute Idee, dass jeder Schuss pam, 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 Cent, 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 Cent und weg ist die Kohle. Dann hast du keine Munde mehr. Eine Granate kostet 2 Euro. Granate kostet 2 Euro auf jeden Fall. Raketenwerfer 5 Euro. Richtige, so wie im echten Krieg, wo so ein Cruise Missile 250.000 kostet. Zack, weg. Das wäre doch genial. Verdienst du dann aber auch Geld durch deine Abschüsse? Ja, warum nicht? Dann müssen wir bei Glück spielen. Warum nicht? Vielleicht auch so, dass jeder... Ach shit, das darfst du nicht. Ja, okay, dann kennst du das Prinzip doch. Guck mal, gleich wieder der Nein sagt. Lager, weißt du? Nein, du bist ein Teufelsadvokat, das ist okay. Okay, das ist Ordnung. Aber dann verwandelst du die Cent-Beträge in Punkte und dann ist es legal und dann verlierst du halt Punkte. Stimmt, so machen die das alle. Das macht doch jeder. Ach, natürlich. Jeder. Wobei, Microsoft macht es nicht mehr jetzt. Also es gibt diese Xbox-Punkte-Systeme nicht mehr. Okay. Du zahlst jetzt einfach normales Geld. Rechtes Geld. Ja. Ich weiß nicht, du hast recht, es könnte Glücksspiel sein, wenn man... Ja, das ist ja... Aber wie ist es so, du kriegst das Geld, du kannst es nicht auszahlen, dann ist kein Glücksspiel. Du hast das Geld dann auf einem Konto und kannst es verballern, sprichwörtlich. Aber du hast nicht... Du musst halt kein Geld mehr reinstecken ins Spiel, wenn du viele Leute erledigst und deren Geld dir grapscht. Ja. Das ist dann wie Munition zurückkriegen halt, ne? Es ist im Grunde auch nicht... Nur die sehr faulen Leute würden halt dann Geld zahlen. Es ist dann Permamunition. Permamunition. Permunition. Permunition. Trademark. Hier, da ist es registered und hier steht noch so ein TM. Permutition. Permunition. Es tut uns leid, das ist vielleicht nicht die Folge, die ihr erwartet habt, aber ihr seid auch nicht das Publikum, was wir gerne hätten. So. Sehr gut, Alter. Nächster Trailer, ganz schnell. Komm schon sehr schnell, weg, überblenden, los. Weg. Los geht's, ein wunderbares Spiel, ein gute Launespiel. Hard West heißt es. Oh, da lösst ich Rundenstrategie im Stil von X-Kom. The Key from the Manager. Second, the safe. There was a catch, however. Demons. Huh. Ah, toll. Rundenstrategie mit Zombies. Oder Monstern. Das hast du auch echt hart gesuchtet, ne? X-Kom. So viel gespielt. Ja, ist schon so eine meiner Lieblingsreihen. Hat meine Liebe für Rundenstrategie auf jeden Fall geweckt. Aber ich hab jetzt nicht so viel in dem Genre gespielt. Jacked Alliance hab ich mal ein bisschen gespielt, weil es so gut war. Das hier könnte ich mir vorstellen, obwohl ich dem Western-Setting nicht immer so zugeneigt bin. Ist halt alles auch schon sehr oft da gewesen, aber natürlich nicht in dem, aus der Perspektive. Ja, zumal es ja irgendwie dann doch irgendwie in Richtung Übernatürliche geht halt, ne? Dämonen, keine Ahnung was. Finde ich aber echt okay. Aber finde ich okay bei Westerns. Sonst ist es nicht viel Spieltiefe, glaube ich, wenn du nicht da irgendwie noch irgendwie Magie und keine Ahnung, Monster da reinbringst. Sonst wäre das ein bisschen langweilig wahrscheinlich. Ja gut, so typische Duelle, Colts gegen Colts, acht Cowboys gegen acht Banditen wäre ja durchaus machbar. Aber ich finde es auch so besser. Ich freue mich drauf. Hard West. Hard West, ein Titel, der kommt am 4. November 2015 raus und wurde gebaut von den Leuten Creative Forged Games. Und Creative Forged Games, falls ihr gerade zuguckt, Simon hat eine sehr gute Idee, auf die wir gerne nochmal eingehen könnten. Aber machen wir zu einem anderen Termin. Hab ich vergessen. Stell dir einfach mal Hard West vor, für jeden Schuss musst du einen Cent bezahlen. Na, yes, perfekt. Eine Strategie ist es noch besser, weil da brauchst du diese bestimmten Waffen. Heißt du nicht mehr Hard West, sondern Hard Cent. Katsching. So heißt meine Produktionsfirma. Katsching. Gibt es eine Firma, die Katsching heißt? Sicherlich. Ich weiß nicht, aber ich glaube ja. Es gibt alles schon. Katsching. Katsching. Ja, was es auch auf jeden Fall schon mal gab, was jetzt neu aufgelegt wird, worüber ich selber schon wieder ganz viel Missgunst und Hate im Vorfeld gelesen habe, ist das Spiel Pray for the Gods. Warum wird da rumgekackt? Weil es sehr, sehr, sehr doll an eines der wahrscheinlich einflussreichsten und auch geilsten Spiele und zeitlosen Spiele nicht nur erinnert, sondern sehr stark erinnert. Okay. Shadows of the Colossus. Lass uns mal reingucken. Pray for the Gods. Hast du noch gar nicht gesehen? Nein. Ich habe gerade gelesen und das Konzept ist irgendwie toll. Ja, gucken wir mal rein. Los geht's. Pray for the Munition. Ich finde es aber gar... Oh, das ist doch toll. Ja, warte, warte, warte. Ist mir doch egal, ob es auch... Warte, 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 warte. Ich finde nur ein Shadows of Colossus. Ja, ja. Wie kann man das nicht gut finden? Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich verstehe nicht, warum man sich da dann beschwert, weil Team Ico macht kein Shadows of Colossus 2. Ich kenne auch wenig andere Spiele, die dieses Setting haben. Es gab noch Painkiller, oder, wo auch große Gegner waren. Painkiller? Ja, dieser Ego-Shooter, wo einfach... Das ist halt nicht das Feld. Painkiller selber, das Grundspiel war ja ein anderes. Das war ein klassischer, sehr schneller Shooter. Genau. Und da gab es halt mal einen großen Gegner. Ja, ich dachte, es gibt mehr große Gegner. Aber stimmt, dann gab es nur den einen. Und God of War vielleicht noch irgendwie. Ja, nicht ein God of War auf jeden Fall. Ja, ja. Aber da ist es auch nicht Kernziel. Genau. Also, klar, auf der einen Seite kann man sagen, ja, da will jemand halt sich irgendwo an einem erfolgreichen Ding mitverdienen. Aber die stecken ja, es wird ja auch gesagt, es sind drei Mitglieder, drei Team, also drei Entwickler, die nach Feierabend dieses Spiel machen. Und dafür sieht es, finde ich, einfach, ich finde, es hat genau die richtige Atmo. Also dieses kalte, ich gucke auch gerade Fargo, die Serie, und da passt es ganz gut. Diese kalte und diese großen Ketten. Und natürlich sieht es aus, auch die Monster sehen, wirklich exakt so aus, wie Monster of Shadow. Ja, es sieht auch nur böser tatsächlich. Der guckt ein bisschen böser. Ja, finde ich aber irgendwie okay. Also, ich kann die Kritik nicht so ganz nachvollziehen. Ich glaube, das ist die Kritik wie immer so von wegen, früher war alles besser und bitte berührt das nicht und alles, was versucht, das nachzumachen, fickt euch. Früher war mehr in der Meta. Ja, das ist exakt das. Aber No Matter Studios heißen diese drei, oder so nennt sich die Formatierung von diesen drei Jungs. Und ich kann dazu nur sagen, es soll für den PC rauskommen. Das sieht geil aus. Das sieht aus eben wie das Grafik, wie der Grafikabfall, den man sich von Shadow of the Colossus eigentlich immer gewünscht hat. Weil selbst die HD-Version für die PS3 war geil, aber war auch nicht das, was man sich dann irgendwie erwischt hat. Selbst Guardian, das Neue, sieht jetzt schon wieder nicht mehr so toll. Klar, es sieht okay aus, aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was heutige Rechner können. Also, wenn das Ding rauskommt, ist es veraltet. Ja, Selbst da muss man dann wiederum sagen, das, was diese drei Jungs jetzt gebastet, sah schon gut aus, aber man hat es zum Beispiel gesehen, als der Riese diese Säulen weggemacht hat. Ey, das sind drei Jungs, die daran arbeiten, scheinbar. Vielleicht noch mit Freunden irgendwie. Aber ich wünsche mir trotzdem immer noch, und mir ist es egal, ob es Pray for the Gods heißt, mir ist es egal, ob das von Team Alco kommt oder von wem auch immer. Ich möchte gerne eine Art Shadow of the Colossus in aktueller Hochglanz-Grafik haben. Das möchte ich einfach gerne. Dann hast du da wahrscheinlich deine besten Chancen. Ja, Deswegen, also ich verstehe Hate in diesem Sinne auch nicht. Man sollte sowieso nichts haten, und was man selber noch nicht angespielt hat. Ja, die Kritikpunkte sind nachzuvollziehen, aber wenn ein Studio sagt, wir wollen keinen Nachfolger machen und generell acht Jahre oder so braucht, bis sie mal einen Titel rausbringen, finde ich das völlig legitim, dass man da Fanfiction mehr oder weniger entwickelt. Wir haben noch einen Trailer zu einem Spiel, was wir demnächst hier auch spielen. Wahrscheinlich, wenn ihr das hier seht, haben wir das schon gemacht? Haben wir das schon gespielt? Haben wir dann schon gespielt? Haben wir schon gespielt, ja. Gucken wir uns trotzdem einen Trailer an. Natürlich, weil er ist gut. Er ist gut. Gut. Trailer gut. Die Jungs, haben wir ja mal persönlich kennengelernt, auf der Gamescom. Hier? 2015 und 2014, und das sind so unglaubliche, sympathische Super-Nerds irgendwie. Ich habe eh das Gefühl, dass Entwickler generell zu den manchmal auch soziophobsten, aber vor allem zu den nettesten Menschen der Welt abgehören. Es sind einfach irgendwie, es ist ein richtig ordentlicher Menschenschlag. Alter. Nicht so ein kleiner, da kommen die Ringen groß heraus. Ja, das ist Broforce, so ein bisschen eigentlich wie das, was Eduard Laser Unlimited hätte werden können, wenn wir es je entwickelt hätten. Es ist exakt Eduard Laser. Ja, es ist es. Und in sehr, 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 sehr gut. Ja, ich finde es auch sehr, sehr, sehr. Oh, der ist ja doch, Eduard Laser. Ich finde es sehr gut. Ich kann die echt mal fragen, ob die nicht Eduard Laser einbauen wollen. Er kennt halt nur kein Schwein da draußen international. Ja, deswegen sollen die ja uns und Eduard Laser spielen machen. Die haben ja sowas wie Michael Dudikoff drin gehabt, der kennt auch keinen Schwein mehr. Ah ja, doch. Ja. Also, bei Spiel mit Bart erlebt er gerade einen Revival als Michael Dudikoff. Könnt ihr gerne mal reingucken. Super Trailer, Alter. Can't escape freedom. Also, Broforce jetzt offiziell in der Vollfassung draußen. Man konnte schon ewig spielen. Also, die haben auch vollkommen for free halt auch Versionen halt öffentlich gestellt. Das sind halt Free Lives, heißt die Firma von den Jungs, die wiederum bei Devolver unter Vertrag stehen. Und Devolver Digital ist eigentlich so für mich das Label, was eigentlich am interessantesten und am geilsten in die Titel oder in die Projekte vereint. Die haben Hotline Miami, Olli Olli, die haben aber auch zum Beispiel hier diesen geilen Doku-Film Super Game Jam unter Vertrag. Gut, seht ihr, dass wir es gut finden, weil wir es auch diese Woche noch spielen werden und damit sind wir am Ende unserer Trailer-Mania leider schon wieder. Ja, es gibt aber viele Trailers, viele neue. Ja, es war toll. Ich bin jedes Mal überrascht, dass man doch vier, fünf gute Trailer jede Woche findet. Verdammte Videospiele, ne? So viele Spiele, ist langsam nicht übertrieben. Können wir nicht einfach aus Spaß nochmal ins Dauers-Trailer und sagen, gucken die neuen. Das würde ich gerne machen, einfach nur so, weil wir es können. Das ist ein guter Trailer. Hier ist der Trailer-Park und hier kommt vielleicht jetzt der Star Wars-Trailer, der neue. Ich weiß, wie es jetzt panik ist. Scheiße, wo ist der? Ne, das kann man nicht machen, sowas kann man nicht erwarten. Vielleicht hat die jemand reingeschnitten, vielleicht auch nicht. Das war jetzt ein bisschen da haben wir ein bisschen die Regie gef... Da fängt er an, so geht's los. Da haben wir die Regie gefoppt. Wir kommen zur nächsten Rubrik. Und zwar heißt die Nachgefragt. Nachgefragt. Heute mit der Synchronisation von Spielen beziehungsweise vorzugsweise bei uns die schlechte Synchronisation von Spielen. Ja genau, wir wollen einfach mal wissen, was ist eine schlechte Synchronisation? Haben wir in unserem Leben auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Habt ihr wahrscheinlich auch schon ein paar Mal erlebt. Aber wahrscheinlich, wenn ihr jung seid, nicht so gravierend wie ihr älteren Semester. Denn früher war das noch, wurde es sehr stiefmütterlich behandelt, Synchronisation. Ja, das auf jeden Fall. Also gerade Spielsynchronisation. Genau, die neueren Titel sind eigentlich also grundlegend. Die Qualität hat sich einfach gebessert, also grundlegend. Deutschland hat ja allgemein einen sehr hohen Synchronisation-Standard. Wirklich, muss man mal loben. Also die meisten Synchro ist fast immer auf einem hohen Niveau in Deutschland und mittlerweile auch bei Spielen. Also man kann echt nicht mehr so viel meckern. Also die Leute wissen schon langsam, was sie machen müssen. Auf jeden Fall. Aber das war halt eine Zeit lang nicht so. Und ein kleines Beispiel, bevor wir gleich mal nachfragen, wie das denn so ist, aus dem Jahr 1996, Crazy Ivan. Das waren jetzt meine Lieblingsspiele für die Technischen Eins damals. Echt? Ja, das hat richtig gute Videfrequenzen hier. Was ist los? Du bist ja ein wahres Nervenbündel. Er ist los. Er geht mir auf die Nerven. Hört sich an, als ob er eine Party feiert. Weißt du, warum sie ihn crazy ihn nennen? Sag nicht. Er glaubt, er ist eine Tee-Kanne. Sehr witzig. Kennst du das? Gorbatschow-Tag-Massaker? Na klar. Du meinst, er ist der Ivan. Aber er ist doch völlig labil. Oh, schade. Warst du das schon? Ja. Oh, das ist super schade. Genau an der richtigen Stelle, an der falschen Stelle abgebrochen. Weil du siehst eigentlich jetzt Schnitt. Du siehst den Crazy Ivan, wie er in seinem... Er sitzt ja in so einem Meck. Also er ist eigentlich so hinten in diesem Abschlussding in so einem Meck drin. Und er ist halt crazy. Ein crazy Russe, ja? Ihr Commander. Seit sieben Stunden sitze ich nun in dieser Sardinenbüchse. Langeweile. Unsere voraussichtliche Ankunft seit einem Startort ist... Wir sind da genug. Fertig machen zum Start. Und er danzt dann halt so zu der Musik und ist voll ab und will halt einfach jetzt alles kaputt machen. Und nervt die dann via Funk, dass sie ihn rauslassen sollen. Und irgendwie, ich weiß noch irgendwie, dass er dann so irgendwelche Checks macht und sagt so Posttraumatischer Stress, sagten sie. Und dann macht er das Rad und dann wird das Ding rausgeschossen. Und er hat zwischendurch immer so Videosequenzen und der eine erzählt halt auch, wie er Disneyland niedergebalzt hat und so. Es ist einfach teilweise wirklich lustig. Ich fand... Klar, es ist echt schlecht. Haben wir gerade gesehen. Aber das hat schon wieder diesen Charme des B-Mobis. Das war kompletter Trash. Wahrscheinlich haben auch die Leute, die dann die deutsche Synchronisation gemacht haben, also die den Auftrag bekommen haben, die müssen wahrscheinlich auch ultra Spaß gehabt haben. Macht's bitte Russisch. Sehr wahrscheinlich war es in dem Jahr 1996 und ein paar Jahre davor, wann es halt produziert wurde, halt nochmal anders. Da war es halt noch seltener wahrscheinlich, dass man auch wirklich das Bild gesehen hat, worüber man spricht. Zumal die Schauspieler ja auch jetzt nicht unbedingt gut geschauspielert haben, die man gerade gesehen hat. Das ist alles auf sehr wackeligen Beinen gebaut. Kann man glaube ich sagen. Es ging ums Spiel. Ich habe in Spielen damals... Beiwerk. Genau. Ich habe in Spielen damals meine Musikkenntnisse mehr oder weniger erlangt. Also es ist total bizarr, weil hier habe ich zum ersten Mal Freak Out gehört, was ja ein Klassiker ist. Das habe ich nie gehört vorher. Einfach nie irgendwo gehört. Aber dann da und fand die Musik so geil. Hätte mal gerne den Song gehabt. Wusste natürlich nicht, wo ich sowas bekomme. Heute wüsste man es. Oh, jetzt haben wir was. Das ist richtig... Das ist nicht mal mehr cheesy. Das ist aber nur sehr schlecht. Habe ich in Arcade gespielt. Ein Jahr später und eine ganze Generation schlechter als das, was wir eben gesehen haben. Time Crisis aus dem Jahr 97. Viel Spaß. Eine Entführung. Es ist Rachel, die Tochter des Präsidenten. Rachel! Sie müssen ins Schloss und Rachel retten. Irgendwann, irgendwo schmiedet irgendwer an einem Putsch. Eine kleine Republik ist in Gefahr. Haha. Es ist Zeit für die Ein-Mann-Armee. Richard Miller. Jetzt ist sie wohl schon tot. Bleib weg! Rachel McPherson. Ah! Ja, ist das ein Crap, ey. Das ist so super, Alter. Rachel. Der irgendwo, irgendwann, irgendwer schmiedet, irgendwer an einem Putsch. Super. Genial. Storys gesetzt. Storys gesetzt. Rachel. Mehr braucht man wirklich für Time Crisis auch nicht. Es ist eigentlich, ich weiß bis heute die Story nicht. Rache für Rachel. Rache für Rachel. Das wäre besser gewesen. Ja, echt. Wow. Da fragt man sich echt, wer hat das genehmigt. Ein Jahr später wurde es nicht besser. Aber immerhin ein Spiel, was ganz gut war. Habe ich selber auch nur beobachtet. Also zu diesem Zeitpunkt habe ich, glaube ich, nur noch Counter-Strike gespielt. Und StarCraft. Es geht um Baldur's Gate und ich habe diese Top-Down-Diablo-Wannabes nie gemocht. Ich habe mich da nie wirklich wiedergefunden. Auch Neverwinter Nights und Diablo. Ich habe bei allen es nie mein Ding. Freunde und Freundinnen, die haben das total vollkommen verinnerlicht und eingesaugt. Aber von einer schlechten Synchro haben sie nie gesprochen. Schauen wir mal rein. Habe ich nie gehört. Ich bin ein bisschen gespannt, weil ich habe gehört, es war immer super. So gut wie erledigt. Für deinen Geschwafel habe ich keine Zeit hier. Was? Ja, hör mal. Also eure Arroganz hier ist äußerst geschmacklos wohl. Nee. Nein. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das einfach nur eine schlechte Mod war oder ein Easter-Act-Entwickler der deutschen Synchronisateur. Ja. Oder ist das der Standard, den wir in Baldur's Gate haben? Nein. Das glaube ich nicht. Können Sie Wahrheit und Lüge unterscheiden? Dazu müssen Sie über Ihr Denken hinausgehen. Ja. Also wenn, dann ist es... Ihr Jonathan Frakes, ist diese... Ich kriege es nicht hin, aber ihr wisst, was ich sagen wollte. Ja. Ist diese Synchro wahr oder haben wir uns da einen kleinen Spaß erlaubt? Ja. Ihr Jonathan Frakes. Sehr gut. Sehr gut. Ja, Entschuldigung. Ja, wahrscheinlich ist es eher auch ein Spaß, aber es war schlimm. Das war wirklich unterirdisch. Aber jetzt wirklich... Aber ich glaube, das war schon wieder okay. Also auch bei Rache, glaube ich, war es eher ein Spaß. Aber... Aber was jetzt kommt? Oh Gott. Ich weiß noch, kurze Geschichte. Ich habe ja bei der Fun-Germation damals gearbeitet. Das war so ein lustiges Spaßmagazin über Games. Und die waren halt sehr... Also es hieß immer so, eigentlich müsste man die Fun-Germation neben das Mad-Magazin legen, weil die halt einfach nichts ernst genommen hat und auch scheiß auf Wertungen. Einfach alles. Hauptsache lustig. Fand ich immer sehr cool. War immer mein Lieblingsheft. Und die hatten einen Vierseiter über Metal Gear Solid mit einem Einseiter-Comic, so ein Fotoroman, über die Synchro von Metal Gear. Ach geil. Und aufgrund dieses Sechs-Seiten-Specials, das Spiel hat richtig gute Wertungen bekommen, aber sie haben halt einfach nichts anderes gemacht, als sechs Seiten lang die Synchro zu haten, die Deutsche. Und danach gab es ein Embargo von Konami für ein Jahr. Alter, echt? Und als ich dann da angefangen habe, war das gerade in Kraft und es gab ein Jahr lang keine Konami-Spiele, keine Konami-Werbung. Die haben richtig schön, haben die schön so dir so ihren schlaffen Penis ins Gesicht geklatscht und gesagt, so! Bitter Industrie. Ja. Wir sind beleidigt, sterbt. Das war natürlich damals, als die böse Industrie noch ihre Macht ausgenutzt hat. Heute ist es ja ganz anders. Gucken wir uns mal an, den Trailer oder eine Szene aus. Ja, so war die Synchro. Erwarten Sie keinerlei unterstützt wird. Ja, du, ich. Wer bin ich sicher? Ich muss mich um meine lästige Aufmerksamkeit machen. Hier ist Snake. Colonel, hören Sie mich. Kein Problem. Wie sieht es aus, Snake? Der hintere Lift scheint der einzige Weg nach oben zu sein. Wie erwartet. Unglaublich, oder? Das war ein Triple-A-Spiel, einer der wichtigsten Titel bis heute von Konami und so eine Synchro. Wow. Hoffentlich hat da jemand seinen Job verloren. Das ist wirklich meine ehrliche Meinung, weil das ist einfach so wenig Liebe für so ein geiles Spiel. Kojima hätte direkt sein Laserschwert rausgeholt. Wenn er denn deutsch verstanden hätte. Und ich finde, das versteht man sogar, auch wenn man nicht deutsch versteht, merkt man, dass da einfach komplett also wirklich in die, ins Tixi-Clo gesynchronisiert wurde. Ja. Komm, wir haben nur einen. Ich bin sehr gespannt. Es war wirklich schlecht, oder? Also da sind uns, glaube ich, alle einig. Auch EA, Konami, da seid ihr uns alle einig. Das war richtig schlecht. Kommen wir zum nächsten Titel einfach mal so. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Half-Life 2 The G-Man. Echt? Na gut, da kann man im Deutschen, habe ich ihn auch nicht so in Erinnerung. Aber im Englischen soll er klingen, als hätte er keine Ahnung von der Sprache. Also im Original soll er wirklich klingen, als wüsste er nicht genau, wie man eigentlich spricht. So ein bisschen wie Christopher Walken. Ja, okay. So wie alles, was Christopher Walken sagt. Ungefähr so spricht der G-Man im Original. Da bin ich mal gespannt. Ja, vielleicht ist das, bin ich mal gespannt. Gucken wir mal rein. Nee, im Deutschen kenne ich nämlich gar nicht. War nicht so gut, nee. Munter ans Werk, Mr. Freeman. Munter ans Werk. Womit ich nicht sagen will, dass Sie sonst faulenzen. Niemand hat mehr geleistet, als Sie. Und der gesamte Einsatz wäre umsonst. bis nun sagen wir mal, es ist wieder soweit für Sie. Ja, nee. Also der Stimmausfall hat nicht gepasst. Man hat auf jeden Fall auch gemerkt, er hat komplett, und klar, das war damals wahrscheinlich so, zu dem Zeitpunkt, er hat komplett auf Lippensynchronisation geachtet. Er hat seine Sprechgeschwindigkeit nur anhand der Lippen angepasst. Und das war gut? Ja, da muss ich dich leider unterbrechen, weil, das ist nämlich damals eine neue Technik gewesen von Valve. Half-Life 2? Ja, für Half-Life 2. Ich weiß, dass Sie das in so einem Source-Code, ja. Dass du quasi in Chinesisch reinreden kannst und die Lippen funktionieren dann immer zur Sprache. War das schon bei Half-Life 2 so? Ich glaube, das war das große Feature bei Half-Life 2. Es gab ja kein anderes Half-Life mehr. Ja, natürlich. Ich vollhorst, ja. Nee, aber das kann man ja durchaus vergessen. Das ist ja völlig okay. Es war Lippensynchron, aber das war tatsächlich nicht der Skill des Synchrosprechers. Nee, also die Stimme passt halt nicht. Im Englischen ist es auf jeden Fall eine passende, düstere Stimme. Der spricht halt eher so Wake up and smell the ashes. Also er spricht so, als ob er nicht genau weiß, wie er jedes Wort betonen und bewerten soll, welche Wichtigkeit es hat in diesem Satz. Aber als Stimme ist er schon deutlich besser als das Deutsche hier. Und auch diese Betonung war hier halt nicht so ganz. Es ist schade, weil es ist einer der wichtigsten Dialoge im ganzen Spiel. Im kompletten Half-Life-Universum sind die Intros und Outros das Wichtigste, was du eigentlich an Infos erfährst, auch wenn du eigentlich nichts erfährst vom Teamman. Bla, bla, bla. Bla, 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 Mr. Freeman. Exakt das. Komm, den letzten geben wir uns noch, oder? Oh, es tut uns leid, wir labern ja echt lange und viel. Ich weiß nicht, wie lange die Sendung ist. Ich hoffe, der Michael schneidet sie nicht wieder so klein. Aber es gibt viel zu reden. Es macht Spaß mit dir. Wirklich, es macht sehr viel Spaß, mit dir das wieder mal zu machen. Und es sind durchgängig Themen gewesen, über die ich gerne viel rede. So, tut mir leid. Aber mir ist das bewusst. Mir auch, aber mir ist es egal. Ich finde es nämlich super. Weiter geht's. Raven Squad. Ein Beispiel haben wir noch. Oh, aus 2009. Ich sag mir gar nichts, Raven Squad. Gar nichts. Muss ich ganz offen sagen. Ist das nicht einfach hier, Rainbow Six, irgendein Spin-off? Hört sich auf jeden Fall so an. Komm, gucken wir mal. Bevor du losgehst, kontrolliere den Status deiner Waffen immer und behalte die Verletzten im Auge. Pass auf, ich sehe Wachen am Strand. Du solltest dich um sie kümmern, bevor du weitergehst. Nicht nötig, die Netten zu spielen. Packen wir sie ab. Bleib wachsam. Sie haben dich schon sicher bemerkt. Sicher? Aber wir brauchen auch deine Augen. Okay, ich sehe sie. Ich sehe einige Tangos drüben neben einigen Munitionskisten. Und was haben wir hier? Sieht aus wie der Leiter dieser Truppe. Er ist auf diesem Hügel in der Nähe des Dorfzentrums. Das Ziel tötet ihren Amtführer und alle anderen. Ich möchte keine Verluste. Hügel. Fand ich gut. Rechnen Squad. Was geht? Ich muss sagen, ich finde es fast irgendwie lustig, weil es für mich so offensichtlich ist. Sie haben sich vielleicht sogar Mühe gegeben, weil der eine spricht sehr akzentuiert. Ja, zu exzentuiert. Ich kann es nicht mehr aussprechen. Akzentuiert. Dankeschön. Und der andere süßt irgendwie das zusammen. Das ist so ein bisschen wie so dick und doof der Synchro. Aber leider habe ich hier keine Infos stehen auf diesem tollen Blatt Papier. Weil mir sagt Ravensport nichts, aber es wird fast so, als ob es wirklich ein Selfmade-Ding ist von netten Leuten und die dann auch gesagt haben, ey, wir können jetzt natürlich keine fette Synchronisation und Top-Speaker irgendwie leisten. Da müssen wir halt selber ran. Und jeder, der mal jemals irgendwie ein Video versucht hat zu overvoicen, weiß, wie unfassbar anstrengend das halt auch überhaupt sein kann. Muss man auch mal sagen. Es ist ein Handwerk. Es ist wirklich ein Handwerk. Ich habe das, wir haben das mal, nee, das war mit Nils, glaube ich, für irgendeinen Mickey-Adventure oder so. Ja, da war es mit Nils. Da haben wir da mal was synchronisiert. Das war schon anstrengend. Dann haben wir einmal, wir für Daedalic, hast du, Uke und ich haben Charaktere für A New Beginning synchronisiert. Da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass wenn man zum Beispiel nicht so klar weiß, was eigentlich die Regieangabe ist, weil damals war das Spiel noch nicht wirklich entwickelt. Und man wusste überhaupt nicht, was der Charakter eigentlich machen soll. Wofür ist der da? Was ist deine Background-Story? Welche Emotionen, welcher Kontext? Du siehst da irgendwie so ein kleines Gesicht und sollst dir dann irgendwie auf so einem gemalten Icon irgendwie ein ganzes Profil. Genau. Und da habe ich gemerkt, boah, das kann ganz schön in die Hose gehen auch. Und wir haben mal, ich habe mal für irgendein Virtual-Reality-Unterwasserspiel, da habe ich auch so den Typen, den der Taucher im Ohr hat, gesprochen. Es war auch so, da habe ich mal jemand gefragt und dann macht man das natürlich. Habe ich nie gesehen, das Spiel. Ich weiß nicht, ob meine Stimme nicht vielleicht der Genickbruch war dann am Ende. Für dieses gute Konzept. Aber du merkst schon, du sprichst das dann ein und versuchst dir das dann anzuhören und es wirkt selten so, dass du denkst, ja, das ist eine authentische Reaktion von jemandem, der gerade Angst um seinen Taucher im Wasser hat oder so. Man muss es wirklich mit viel Mühe und Energie immer wieder machen oder halt können. Also es ist auf jeden Fall nicht so, als ob das einfach ist. Das Leichteste und das Einfachste ist es, über andere Leute zu lachen und zu sagen, boah, ist das scheiße. Wenn man es dann aber tatsächlich selber macht, dann kann man das immer noch tun. Man kann immer noch sich über andere abfacken, aber man versteht vielleicht, dass es ein bisschen schwer ist. Deswegen können wir es bei billigen Spielen völlig akzeptieren und drüber lachen und mit den Entwicklern schmunzeln. Aber bei bezahlten, teuren Spielen, wo man dann irgendwie merkt, da wurde sich einfach nur für die deutsche Synchro keine Mühe gegeben, kein Geld in die Hand genommen, dann kann man das auch anprangern, finde ich. Die verdienen genug Geld. Du zahlst ja dieselben 70 Euro, also heute nicht mehr, aber damals, wie für ein US-Metalier Solid. Also solltest du auch dieselbe Qualität theoretisch oder die Immersion oder was auch immer. In dem Spiel werden 40 Stunden gelabert. In der Qualität, das kannst du dir, das kannst du doch niemandem antun. Das nimmt ja die komplette Atmosphäre raus. Das nimmt ja den kompletten Ernst aus dieser doch sehr ernsten Reihe. Ja, aber egal. Es ist zehn Jahre her, man kann auch aufhören. Aber es ist immer noch scheiße. Fast 20 Jahre her und ich bin immer noch sauer. Kriegst du noch nachträglich in deinem Bargo drauf. Du bist der Grund, warum Kojima gefeuert wurde. Er wurde ja angeblich nicht gefeuert. Es gibt ja ein Foto. Das habe ich gelesen. Es gibt angeblich ein Foto wie Kojima immer noch. Das beweist, dass er nicht gefeuert wurde. Natürlich. Was denkst du? Wie kann das ein Foto beweisen? Ich glaube, erst wenn ich es selber mit meinen eigenen Augen gesehen habe. Dass er noch da arbeitet. Er hat ein Foto gesehen. Diese Sprichwörter von früher, die sind obsolet. Funktioniert nicht mehr. Geht alles nicht mehr. Heute muss man alles, man muss mal Sprichwörter 2.0. Muss man sich ausdenken. Der Winter ist erst da, wenn die Steckrübe im Topf ist. Oder wie war das? Ist ja Latte. Habe ich mir ausgedacht. Wirkt aber, wirkt ein bisschen. Wirkt ein bisschen wie irgendwas. Okay. Ich glaube, du beziehst gerade auf unser Witcher 3. Wir hatten Steckrübe. Ja, nee. Wir hatten ja Witcher 3 und dann hatten wir das Add-on. Ich habe vergessen, wie es heißt. Heart of Stone. Genau. Und da war ja auch unser beliebter, wie nennen wir ihn? Der Döhler. Ja, ja. Unser beliebter Publisher-Clown. Publisher-Clown. PR-Clown. War da. Und er hatte an diesem Tag die ganze Zeit diesen Drang, diese Sinsprüche. Und daran hatte ich es gerade erinnert. Diese Sinsprüche. Ihr wart ja live dabei und da hat er schon viel gemacht und das war auch Teil unserer Challenge, uns diese Sinsprüche zu schicken. Aber das ist auch so großartig. Aber er hat auch wirklich zwischen den Pausen die ganze Zeit irgendwelche Sinsprüche rausgehauen und sein Entwickler-Kumpel nebenbei, der konnte es schon nicht mehr hören, weil es wohl schon seit Wochen so geht. Und dann habe ich mir seine Facebook-Seite angeguckt und ich ein Ding nach dem anderen und auf WhatsApp hat er mir auch mindestens sechs geschickt. Also der Typ ist einfach auch ein bisschen durch. Aber gut, soviel zu den Hintergründen unserer Publisher, die uns hier besuchen, die wenigen, die wir noch haben, die uns besuchen. Jetzt sind wir leider am Ende, fast. Wir haben jetzt zum Thema Synchro natürlich noch einen Gast. Speziell. Hoffentlich haben wir ihn. Wir gehen davon aus, kann man ruhig sagen, wir nehmen in zwei Tagen das große Interview mit Moritz Bleibtreu aus. Wir wissen jetzt natürlich noch nicht, ob da nicht ein Film dazwischen kommt. Zum Beispiel, der unbedingt an diesem Tag geht. Ja, Notdreh. Kann alles sein. Kann alles sein. Würden wir völlig verstehen. Aber wir wissen noch nicht, ob er wirklich kommt. Es geht um Just Cause 3. Wie gesagt, das Spiel werden wir auf jeden Fall irgendwie bringen. Aber mit ein bisschen Glück kommt jetzt das Interview mit uns. Ich bin trotzdem geschwollt. Ich bin trotzdem geschwollt.